Hallo, ich heiße Frau E-Mail. Heute sprechen wir über vielen Tipps. Zum Beispiel, es ist die Themen Sich vorstellen. Sich vorstellen. Oder, vorstellen Sie sich bitte. Wir sprechen über Namen. Wir sagen Hallo. Ich heiße E-Mail. Ich bin E-Mail. Mein Name ist E-Mail. Wir fragen mit Wie heißen Sie oder wie heißt du? Wie heißen Sie oder wie heißt du? Antwort. Ich heiße E-Mail oder ich bin E-Mail. Mein Name ist E-Mail. Okay, also ich bin zum Beispiel 320 Jahre alt. Wir fragen mit Wie alt bist du? Wie alt bist du? Oder, wie alt sind Sie? Wir antworten mit Ich bin 23 Jahre alt. Wohnwort. Wir sagen Ich wohne in Berlin oder ich wohne in alles. Wir fragen mit Wo wohnest du? Wo wohnest du? Wir antworten Ich wohne in Berlin oder ich wohne in alles. Herkunft. Wir sagen Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland oder ich wohne aus Ägypten. Ich wohne aus Ägypten oder ich bin aus Frankreich. Ich wohne aus Frankreich. Okay, wir fragen mit Woher kommst du? 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 Wir antworten mit Ich komme aus Deutschland oder ich komme aus Ägypten. Ich bin aus Frankreich. Ich fände Oh Wie geht's dir? 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 So lala, nicht so gut, nicht so gut, mir geht's schlecht, mir geht's schlecht. Auf einmal, wir finden, wir fragen, wie geht's dir, wie geht's dir, und wir antworten mit, danke gut, oder mir geht's gut. So lala, so lala, nicht so gut, nicht so gut, oder mir geht's schlecht, mir geht's schlecht. Hey, und jetzt ist, was denn dein Hobby, oder was denn deine Hobby, was denn deine Hobby. Hier spricht es über Hobby. Ich spiele gern zum Beispiel Tennis. Ich spiele gern Basketball. Ich spiele gern Fußball. Ich spiele gern Tischtennis. Noch einmal, was sind deine Hobby. Ich sage, ich spiele gern Basketball. Oder ich spiele gern Tennis. Oder ich spiele gern Fußball. Oder ich spiele gern Tischtennis. Oder ich spiele gern Klavier. Ich spiele gern Klavier. Ich spiele gern Klavier. Okay, und ich sage auch, ich mache gern Kutus. Ich mache gern Kutus. Oder ich mache gern Registilis. Ich mache gern Registilis. Oder ich mache gern Preisen. Ich mache gern Prise. Ich mache gern Rad Fagin. Ich mache gern Gemänistik. Ich mache gern Gemänistik. Noch einmal, ich mache Gürtus. Ich mache gern Registilis. Ich mache gern Reisen, ich mache gern Radfahren, ich mache gern Gemeinschaft. Okay. Ist es für Sie auch über meine Huppie? Ich kann sagen, ich lese viel. Ich lese viel. Oder ich bin mir gern. Ich bin mir gern. Oder ich sehe fern. Oder ich male gern. Oder ich male schöne Bilder. Ich male so viel. Das ist mein Huppie. Sprechen Sie über dein Huppie. Was ist dein Huppie? Ich kann zum Beispiel spielen, lesen, versehen oder malen. Oder was Sie holen. Mein Liebling ist lalala ist was. Mein Liebling ist Jahreszeit ist Sommer. Mein Liebling ist Jahreszeit ist Sommer. Meine Liebling ist Stadt. Meine Liebling ist Stadt ist Berlin. Meine Liebling ist Stadt ist Berlin. Mein Liebling ist Musik ist romantische Musik. Mein Liebling ist Musik ist romantische Musik. Okay. Wir sagen, mein Liebling ist lalala ist wie Sie wollen. Okay. Zum Beispiel Jahreszeit, Stadt, Musik wie Sie wollen. Okay. Was liebst du besonders? Was liebst du besonders? Mein Liebling ist Tier. Mein Liebling ist Tier ist Pfeffert. Mein Liebling ist Tier ist Pfeffert, Levé, wie Sie wollen. Okay. Mein Liebling ist Essen ist Pizza. Mein Liebling ist Film ist extra large. Mein Liebling ist Filmstar. Mein Liebling ist Filmstar ist Eidel E-Mail. Mein Liebling ist Filmstar oder mein Liebling ist Star ist Eidel E-Mail. Wir sagen hier über was lieb ich oder was liebst du. Okay. Und jetzt ist Tschüss.